Cora Schumacher löscht ihren Account auf der Erotik-Plattform Onlyfans. In ihrer Instagram-Story erklärt die Ex-Frau von Ralf Schumacher Onlyfans hat mir vielleicht für einige Monate die notwendige Selbstbestätigung gegeben, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt so sehr gebraucht habe. Ich habe mich allerdings entschieden, den Account gänzlich aufzulösen, da ich mich nicht mehr über mein Äußeres definieren oder darauf reduziert werden möchte. Die 47-Jährige überraschte im vergangenen Jahr mit ihrem eigenen Onlyfans-Account. Mit ihren freizügigen Aufnahmen sorgte sie für mächtig Umsatz. Es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen, verriet sie zum Start ihres Accounts RTL.